Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, an Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein HP Laptop und zwar ein 15S EQ1 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite, ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und kann danach das Display tauschen. Anders sieht das bei der Tastatur aus. Da muss man wirklich alles aus dem Gehäuse rausnehmen, um an die Tastatur heranzukommen und diese dann zu tauschen. Um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier außen öffnen. Und auch unter den Gummischienen, die ich jetzt nochmal drüber gemacht habe, sind eben Schrauben versteckt. Das heißt, die muss man erst abziehen. Kann man einfach drunter greifen. Da muss man nur aufpassen, dass man das samt dem Klebeband erwischt und nicht die Gummischiene vom Klebeband trennt. Und da muss man die obere und die untere entfernen, weil da jeweils eben nochmal Schrauben drunter sind. Sollte das mal mit dem Finger nicht so gut gehen, kann man einfach eine kleine Hilfe nehmen, da ein bisschen drunter hebeln. Und das dann versuchen, vorsichtig zu lösen. Ich habe das jetzt hier schon mal gemacht. Und zwar habe ich dafür ein Universalwerkzeugset. Da sind alle gängigen Aufsätze und auch Schrauben mit dabei. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz habe ich da ein PH0 genommen. Es gibt hier insgesamt drei verschiedene Schraubengrößen. Einmal die beiden hier außen. Dann noch die drei hier unten und die eine hier oben. Und die äußeren oben sind auch nochmal eine unterschiedliche Länge. Die sollte man also getrennt aufbewahren und sich am besten auch merken, wo welche drin war. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und Hin- und Herrutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal. Das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen. Und das mit ein bisschen Rütteln und Hin- und Herbewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und der ist in dem Fall direkt auf dem Mainboard mit verbunden. Das heißt, wir nehmen den Akku komplett raus. Dazu lösen wir diese Schrauben hier. Und dann haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Den Akku kann man einfach aus dem Gerät nehmen dann. Und eben auch gegebenenfalls ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss. Und dann kann man das Kabel rausziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt. Bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken. Dann noch den Stecker zuklappen. Und ja, schon fertig. So, hier sehen wir die SSD. Und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln. Und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot. Drückt sie leicht nach unten. Und dann kann man die wieder verschrauben. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt der einem förmlich entgegen. Man kann ihn dann einfach rausnehmen und austauschen. Und beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. Gut, den Lüfter zu tauschen ist hier zum Glück auch ziemlich einfach. Dafür muss man nur diese Schrauben hier lösen. Eine davon ist unter dem Klebeband, das wir eh abziehen müssen. Da sieht man die Schraube. Und ja, den Stecker zum Mainboard muss man natürlich auch noch abnehmen. Und da hilft es oft, erst den Lüfter loszuschrauben. Dann hat man ein bisschen mehr Spiel und kommt einfacher an den Stecker ran. Der muss jetzt in dem Fall nach oben hin abgezogen werden. Und da ist es am einfachsten unter den Stecker zu gehen mit einer kleinen Hilfe. Oder wenn man längere Fängernickel hat, klappt das auch so. Und dann versucht man den so ein bisschen nach oben zu hebeln. Vorsichtig natürlich, dass man nicht auf die Platine kommt. Und ja, dann kann man den Lüfter austauschen. Und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Ich mache das hier genauso. Ich verbinde erst den Stecker wieder. Da kann ich mir den schön zurechtlegen. Einfach draufdrücken. Und dann kann man den Lüfter wieder ins Gehäuse legen. Verschrauben. Ja, und dann hat man das auch schon. So, den Akku legt man hier mit diesen Ausbuchtungen genau in diese Stellen hier. Schiebt den ein bisschen rein. Und dann kann man den wieder auf die Verbindung, auf den Stecker draufdrücken. Dann natürlich noch verschrauben. Und so einfach ist das. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder draufgedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und dann kann man das Laptop wieder verschrauben. Und auch die Gummischienen wieder drauf machen. Sollten die nicht mehr richtig kleben, dann liegt das meistens daran, dass das Klebeband porös ist. Da kann man neues doppelseitiges Klebeband benutzen und die wieder draufkleben. Alternativ dazu, wenn das gar nicht mehr geht, kann man natürlich auch einfach neue Gummifüße kaufen, die Schienen komplett weglassen und die dann einfach drüber oder drunter draufkleben. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.